So, so, es geht wieder los und wir müssen diesen, ähm, den, 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 ähm, ach, Vogelprofi oder, keine Ahnung, ist mir auch scheiße, ja, Vogel, ja genau, Vogelprofi Till, der Typ, den müssen wir noch besiegen. Sorge du, Rack. Jalli, Jalli, der dürfte das schaffen, ne? Drachenwut. Boah. Boah, Schnabel, wie viel macht das? Weiß nicht, oi. Ist doch richtig gefährlich. Hm. Uns eigentlich auf Geohawk über. Ähm, wir sind hier, ähm. So, boah, Schnabel, oh, das ist ekelhaft. Ekelhaft Attacke, ganz, ganz widerlich. Äh, wir müssen Steinhagel machen. Ah, er ist sogar schneller als Steinhagel, okay. Steinhagelsdüfte aber ganz gut reinhauen. Joa. Ganz gut, ist gut. Hm. So, Glover, bla 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 bla. Ähm, Taubos. Nö, ich kämpfe erstmal weiter. Taubos, das ist... Kriegen wir auch noch weg, oder? Normalerweise. Ein Steinhagel. Luftschritt, oh, das ist ekelhaft. Kann nicht angreifen. Äh. Was ist das für ein Dreck? Bitte kein Critical. Okay. Gut, nice. Ähm, schön wegkauen. Ähm. Kadabra. Ach, scheiße, der kann ja... Ah, okay. Ja gut, dann wird das nichts. Ähm. Ach. Kacke. Müssen wir nur eine Attacke einsetzen, die schneller ist als, denkens... Ach, Glut, stimmt. Glut dürfte eigentlich reichen. Oder? Naja, luft und ich weiß nicht, wie viel das macht, weil wir sind ja auch eigentlich flug. Ja gut, das geht. Okay. Dürfen wir hinkriegen. Jo. Okay. 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 Nee, äh, äh, gegen dich will ich jetzt eigentlich nicht noch antreten. Na, ich muss gucken, was die für Pokémon jetzt hat, ne? Ja, safe schon wieder solche Drecks-Pokémons, gegen die ich einfach nicht ankomme. Na, qua. Och, nee. Und dann geh ich auch noch mit Lurakern, ne? Das ist ja ganz super. Ziemlich ganz fantastisch. Äh. Müssen mit Dufflo rein. Surfer, okay, das kriegen wir alles geregelt. Surfer ist gut, aber nicht zu P. Ähm, wir machen einen Mega-Sauger. Oh, das ist ekelhaft. Das ist ekelhaft. Aber das ist auch nicht schlecht. Ui. So. Noch einmal. Oh, dürfen wir nochmal knapp überleben, oder? Oh. Und Kritik, genau. Typisch mein Pech einfach. Typisch ich. Ich habe immer Pech, wirklich jedes Mal. Es ist nicht wahr. Es darf nicht wahr sein. So ein Dreck immer. Oh. Nee. Gar keine Lust mehr. Da habe ich wirklich... Nee. Äh, äh. Scheiße. Scheiße. Das bringt sowieso nichts, weil jetzt kommt D und dann... direkt wieder Kopfschmerzerei. Ich habe da keine Lust mehr drauf. Wirklich, ich habe da keine Lust mehr drauf. Gar keine Lust. Nein, nicht Lurak. Oh Gott. Kann schon wieder ausrasten hier. Finale. Nee. Okay. Nee. 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 Nee, nee. Nee, komm. Ich will sowieso nichts bringen. auch nur scheiß Attacken hat, Glut ist nicht effektiv, ist gar nichts effektiv, Junge. Ach, hier dreckige. Wo Chillock, wir müssen sich das auch noch möglichst schnell down kriegen. Warum nur Surfer, warum kann sie jetzt... Warum jetzt nicht eine bessere Attacke? Komm, sag's mit. Mach rum. Mach rum. Mann. Drecks Aquana. Ja, ich hab's kapiert. Oh Mann. Gar keine Lust, wirklich, ich hab gar keine Lust mehr. Jetzt schon, ich kann jetzt schon wieder offline gehen. Wegen diesem einen Critical. Ich hab jetzt schon keine Lust mehr. Das ist sowas von lächerlich, wirklich sowas von lächerlich. Das ist sowas von lächerlich. Das ist sowas von lächerlich. Ich hab jetzt wieder Pikachu voraus. Ja, 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 ich hab's kapiert. Ich hab's kapiert. Nein. Ja, 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 ja... Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh Gott, nochmal. So, jetzt Heidi Yalla. Ja, schön, dass du Wuppen hast. Aquana, ja, wir kennen uns alle, so Pikachu, komm weg damit. Oh, ich hasse diese Drecksflüge. Allein das Prinzip schiede ich jetzt gleich. Oh, ich hasse diese Drecksflüge. Genau. Wer es glaubt? Wer es glaubt? Wer es glaubt? Oh, Junge. Weg mit dir. Weg, weg, hab ich gesagt. Ja, 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 lustig, lustig, lustig. Ja, Glorak, Halsmaul jetzt, danke. Dodri. Ja, natürlich wechsle ich dann, das ist doch so ein Ding ins Pokémon da. So, jetzt aber. So, jetzt aber. Ich... Ich kann wirklich nicht. Ne, Georock, komm, Abfahrt. Es wagt mich so, ob das mein Glorak noch keine OP-Attacken hat. Ja, schön für den Barschnabel, weg mit dir, weg, einfach weg, einfach weg mit dir. Erdbeben. So. Sprungkig, genau. Das zeigt keine Wirkung. Was für das zeigt keine Wirkung? Hä? Pokémon? Hallo? Was? 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 Ja. Sandama. Ey. Ist ja das widerlichste, was ich mir jetzt noch vorstellen kann. Schiller, komm. Abfahrt. Schiller, komm. Jetzt schon wieder keine Lust, ich... Abfahrt. Ach, ist so widerlich, widerlich ist das. Gucken, ob Kadabra was kann. Wenn es nichts kann, dann ist es auch egal. Noch ein Erdbeben. Ist ja ganz fantastisch. Das Erdbeben so krass. Ja. Jawoll. Jawoll. Duflo. Das hast du gut gemacht. Ui. Oh, nochmal gut gegangen. Meine Güte, das Duflo rettet immer alles. Wirklich immer. Du Duflo. Ist einfach... Ist einfach zu gut. Ist einfach zu gut. Ist einfach zu gut. Ist einfach krass. So, und dann machen wir weiter im next Part. Ciao, ciao. Ciao.